So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dino Kuni. Ja, und in der letzten Folge haben wir den letzten Stein gefunden und haben dann festgestellt, hey, die Steine sind viel zu groß, unser Zauberstab hat sich an uns angepasst. Leider die Steine nicht. Hm. Jetzt sind wir zum Mark gelaufen, wollen mit Mark mal sprechen, ob der vielleicht eine Idee hat, was können wir jetzt machen oder wie müssen wir weiterverfahren. Und ich würde sagen, dann machen wir direkt weiter. Hi, Mark. Weißt du, was eure Prinzen heißen? Wir haben alle Steine. Ihr habt die magische Steine von Morgenstern? Wollt ihr damit sagen, dass ihr euch die Karte von Kuppler zurückgeholt habt? Genau, eure Hoheit. Naja, eigentlich hat er sie uns gegeben. Kuppler hat euch geholfen? Der Himmelspirat? Er ist keiner von der schlechten Sorte, wenn man ihn mal kennt. Er hat uns bei sich aufgenommen, hat uns sogar einen Drachen zum Herumfliegen spendiert. Er hat euch einen Drachen gegeben? Kann das wirklich wahr sein? Ja. Es ist zwar eure Hoheit. Tengri hat uns geholfen, die drei magische Steine zu finden. Wir hätten es ohne ihn nicht geschafft. Das Problem ist jetzt, wir haben die Steine wieder in den Morgenstern, äh, was so, wie wir die Steine wieder in den Morgenstern reinkriegen. Und ich will dich nicht anlügen. Wir haben nicht den blassesten Schimmer. Äh, blassesten Schimmer, warum? Wir hatten gehofft, dass sie uns vielleicht helfen könnten, eure Hoheit. Gib mir bitte deinen Zauberstaub und die Steine an. Ich möchte sie mir anschauen. Nein. Vielleicht ist der ja böse geworden in der Zeit. Hm, das ist nicht einfach. Was? Sagt los? Ihr könnt euch, äh, wir könnt uns auch nicht helfen. Die Steine sind einfach zu groß, oder? Nun, wenn es nur darum ginge, den Zauberstaub und die Steine miteinander, äh, von der Größe her anzupassen, wären meine Kräfte mehr als ausreichend. Aber ich fürchte, ihre Größe ist nicht das 1 hier, das nicht übereinstimmt. Das ist noch ein anderes Problem. Eines, das ich nicht lösen kann. Moment mal. Willst du damit sagen, dass wir uns nicht nur um die ungleichen Größen sorgen machen müssen? Äh, muss denn immer alles so kompliziert sein? Äh, ich glaube, ich hab's. Denk mal nach. Wann genau haben wir Morgenstern gefunden? Als wenn wir in die Vergangenheit zurückgeschickt wurden. Was bedeutet, ähm, das Problem liegt vielleicht daran, dass wir versuchen, den Morgenstern von vor 15 Jahren mit den Steinen, die wir hier in der Gegenwart gefunden haben, zu vereinen. Solange es diesen, sagen wir mal, Zeitunterschied gibt, ist es vielleicht unmöglich, sie zu vereinen. So rum. Dann müssen wir überhaupt Morgenstern also hier in der Gegenwart finden? Wenn es nur so einfach wäre. Ich habe meinen Männern aufgetragen, danach zu suchen, aber offenbar wurde er zerstört. In unserer Zeit ist keine Spur davon zu finden. Jetzt sag ich nicht, dass wir in der Vergangenheit das nochmal suchen müssen. Augenblick. Wir haben ihn aus der Vergangenheit mitgebracht. Also ergibt es gewiss einen Sinn, dass er in der Gegenwart nicht existiert. Oh ja, warte. Was? Warte, warte. Das wird mir alles ein bisschen zu kompliziert, Herr Flixner 1. Es gibt da vielleicht jemanden, der euch helfen kann. Ich spreche von Kulax, äh, Xulan, so rum. Unter den vier großen Weisen besaß sie die stärksten magischen Kräfte. Wenn wir also die große Weise Xulan finden, kann sie uns mit Morgenstern helfen? Sie sprechen von Xulan, der Königin der Lüfte, richtig? Sie herrscht über eine Stadt in den Wolken, die Xanadu hieß. Aber dieser Ort wurde zerstört, ja. Ach du meine Güte. Ihre Stadt wurde zerstört? Ist es wirklich schon fünf Jahre her? Ja, vor fünf Jahren eilten uns Meldungen, dass Shader die himmlische Zitadelle von Xanadu angegriffen hat. Bis wir unsere Streitkräfte versammelt hatten, war es schon zu spät. Als Schweinfords Luft-Landedivision eintrafen, war Xanadu von der Landkarte ausradiert. Ich fürchte, ich weiß nicht, was mit der Königin und ihren Untertanen geschehen ist. Aber vielleicht, wenn ihr Glück habt? Pah, ruhig kaum. Klingt, als hätte sich Shader um sie gekümmert. So wie er sich um euren Vorgänger gekümmert hat. Sven, bitte. Wie auch immer. Es liegt nicht in meiner Macht, euch zu helfen. Ich kann euch... Ja, was? Ich kann mich dafür nur entschuldigen. Keine Sorge, eure Majestät. Es muss einen anderen Weg gehen. Nun, wenn wir Xulan nicht finden können, müssen wir es mit einem anderen großen Weißen versuchen. Mit einem anderen? Er ist weit nicht länger unter uns. Also bleibt nur Rashid. Ja, mein Vater weiß bestimmt etwas. Dein Vater? Ah, jetzt sehe ich, woher du deine Klugheit hast. Ja, Rashid könnte euch in der Tat weiterhelfen. Haha, vielen Dank, eure Majestät. Wir finden bestimmt nichts heraus, wenn wir hier herumlungern und Komplimente austauschen. Lass uns aufbrechen. Okay, finden wir jemanden, der uns helfen kann. Irgendwo da draußen gibt es jemanden. Ich weiß es einfach. Also, auf nach... Alkwirt. Was machen wir jetzt, Junge? Sollen wir einen kleinen Spaziergang machen und darüber nachkrübeln? Nein, ich wollte reisen. Meine Fresse! Sag du dämlicher Blöder. Ja. Warum können wir von hier aus nicht rausporten? Und cool! Meine Güte, seht euch die an! Was? Oh! Die Art von Rüstung stammt nicht aus der Gegend hier. Angefangen damit, dass sie keine Schnauze hat. Hm. Sie hat irgendwas Seltsames an sich. Moment mal. Könnte sie... Was denn, Sven? Ist sie eine Freundin von dir? Hihihi. Ja klar, wir kennen uns schon eine Ewigkeit. Aber Scherz beiseite. Es ist die Rüstung, die sie trägt. So was haben sie in Xanadu getragen. Wie bitte? Aber ich dachte, Xanadu wurde zerstört. Also ist sie eine Überlebende, ja? Das nenne ich Glück gehabt. Komm schon, Olli. Finden wir heraus, was unser Mädchen zu erzählen hat. Ich weiß nicht. Ich hab so das Gefühl, dass wir eher Medium einsetzen müssen. Das war klar. Kann das sein? Könnt ihr mich... Könnt ihr mich sehen? Nein. Klar können wir das. Wieso sollten wir das nicht können? Oh, das ist wunderbar. Und ihr könnt mich auch hören? Natürlich können wir dich hören. Aber wenn wir Medium verwenden, um mit dir zu sprechen, bedeutet das... Du hast recht. Ich habe mein Leben vor langer Zeit verloren. Und ihr seid die Ersten, die meine Anwesenheit bemerkt haben. In diesem Aufzug können wir dich nur schwer übersehen, was? Du kommst also aus Xanadu, ja? In der Tat. Das himmlische Königreich Xanadu war mein Zuhause. Ich war damit betreut, unsere Königin zu beschützen. Aber Xanadu hat Xanadu zerstört, oder? Ich schätze, du bist... Ähm... Nein. Ich bin nicht in der Schlacht gefallen. Ich wurde... Ich wurde von meinem Kameraden niedergestreckt. Von einem. Einem Bürger von Xanadu. Was? So ein Sau. Was? Was meinst du damit? Es stimmt, was du sagst. Xanadu hat meine Heimat verwüstet. Dieses Scheusal hat sich völlig unbemerkt ins Allerheiligste des Palastes geschlichen. Unsere Magie konnte ihnen nichts anhaben. Selbst die mächtige Zauberei der Königin Xulan war nutzlos. Xulan? Aber man hat uns erzählt, sie besäße die mächtigste Magie von allen großen Weisen. Doch es hat nichts genützt. Auch sie war machtlos gegen ihn. Aber Xanadu hat uns unser Leben nicht genommen. Nein. Er nahm uns etwas anderes. Er starrt unsere Herzen. Er nahm die Herzen von allen, die in unserer Stadt lebten. Er hat all eure Herzen gestohlen? In der Tat. Ohne Herzen fehlten uns Gefühle. Äh... Fehlten uns Vernunft. Und so geschah es dann. Äh... Das... Schluss. Du hast genug gesagt. Glaub mir. Wir können uns vorstellen, was als nächstes passierte. Xanadu wird dafür bezahlt. Was an diesem Tag geschah, werde ich nie vergessen. Das Grauen hat sich mir für immer ans Gedächtnis gebrannt. Das ist so furchtbar. Von jemandem aus den eigenen Reihen getötet zu werden. Es... Es tut mir so leid. Du musst mich nicht bemitleiden. Es besteht noch Hoffnung für mein Volk. Hoffnung? Was meinst du damit? Königin Xulan. Die Königin der Lüfte. Sie ist noch am Leben. Was? Sie lebt? Aber wir haben gedacht, dass... Jetzt, wo ich im Seelenreich weile, kann ich ihre Gegenwart fühlen. Ich kann die Macht meiner Königin spüren. Ich habe jahrelang ohne Unterlass nach ihr besucht. Aber sie befindet sich nicht in diesem Königreich. Ich spüre ihre Gegenwart irgendwo nördlich von hier. Aber da ist noch etwas. Eine derart schreckliches Übel, dass ich jetzt nicht wage, mich ihm zu nähern. Nördlich von hier? Meinst du den Vater Gräber? Hm. Vielleicht auf diesem Kontinenten gab es ein anderes Königreich. Jetzt gibt es nur noch Schweinfahrt und das eine oder andere Dorf. Aber wenn sie da draus ist, müssen wir sie finden. Wir haben Tengri. Wenn die Königin der Lüfte irgendwo hier ist, finden wir sie bestimmt. Weißt du das wirklich? Wirst du wirklich nach ihr suchen? Ich bin dir auf ewig zu Dank verpflichtet. Ja, dann hilf uns einfach. Keine Angst. Wir werden Shader nicht ungestraft davon kommen lassen. Und außerdem haben wir auch noch ein paar Rechnungen mit dem teuflischen Schicksal offen. Ach, hör doch auf, so heroisch zu tun, um bei ihr Eindruck zu schinden. Was ihr damit sagen will, überlasst es ruhig uns. Ich danke euch vielmals. Ich bin zutiefst dankbar. Ah, fast hätte ich es vergessen. Solltet ihr Königin Zulahn oder sonst einen Überlebenden von Xanadu finden, würdet ihr ihnen das hier geben? Es wurde von dem Feuer beschädigt, das durch unser Reich fegte. Es ist der einzig verbliebene Beweis, dass meine Stadt, ja, dass ich selbst existierte. Sicher, überlass das nur uns. Du hältst ein externer Duschwinkel. Jetzt haben wir aber genug geplaudert. Wird Zeit, die Herbstlande zu durchkämmen und Königin Zulahn zu finden. Ist das hier bei dem? Das vermute ich hier mit beiden, ne? Ja. Diese Medaille wurde von einer Soldatin aus Xanadu anvertraut. Sie ist der einzige Beweis ihrer Existenz. Schnelligkeitsmedaille. Die Caratavagkeitsmedaille bringt mehr. Auch wenn die Ebene springt, aber trotzdem. Nun geben wir ihn dir noch. Ich meine, setzt IS-3 noch ab und an ein. So ein Scheiß. Da, ne, Moment jetzt. Da lang. Meine Fresse. Irgendwann finde ich auch noch den richtigen Weg. So, nee, das wollte ich nicht. Ich wusste ja gar nicht so weit. Tengli? Ringen. Ach, lol. Ach, jetzt weiß ich, wo wir sind. Hier waren wir schon mal. Um es genau zu sagen, waren wir da so ein Müh weiter unten. Das war da, wo wir die Monsterjagd hatten. Da so ein bisschen weiter links muss das gewesen sein. Kraftsteine. Sieht voll cool aus. Jetzt stellt ihr euch mal vor, hier wäre jetzt ein Haus. Und ihr könnt im Prinzip morgens, wenn ihr aufsteht, kickt ihr aus dem Fenster und kickt hier im Prinzip auf so eine riesige Fläche. Voll geil. Oder auch hier. Man kann da hinten im Prinzip schon ein Wasser sehen, ne? Perdida. 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 Ach, was war's. Xana Dubacher. Wer ist da? Ah, wie ich sehe, seid ihr nicht von hier. Richtig. Geraten. Scharf beobachtet. Hör mal. Wir würden liebend gern in euch bleiben und uns mit dir unterhalten. Aber wir haben was zu erledigen. Die Stadt wurde von einer höheren Macht gesegnet. Ich kann euch gleich nicht erlauben, den Frieden solch eines heiligen Ortes zu stören. Meine Güte, entschuldigen Sie. Das haben wir doch nicht gewusst. Aber wir sind nicht hier, um irgendwas zu stören. Was ein herzlicher Empfang. Dieser elende Kerl könnte ein paar Lektionen in Gastfreundschaft von meiner guten alten Mama vertragen. Schluss mit eurem Widersinn und Geschwätz. Ich werde euch nicht vorbeilassen. Hint fort mit euch. Ich muss mich wichtigeren Angelegenheiten zuwenden. Die heilige Zeremini beginnt bald und Königin Xulan soll nicht warten. Moment mal, sagtest du eben Königin Xulan? Nach ihr suchen wir nämlich. Aha, hab ich's mir doch gedacht. Ihr habt es auf unsere Königin abgesehen. Ihr werdet ihr kein Leid zu fügen, solange ich lebe. Nein, sie verstehen es nicht. Wir wollen nur mit ihr reden. Jemand hat es uns erzählt, sie sei noch am Leben. Die Person, die uns diese Medaille gegeben hat. Aber wie? Erzählt, wo habt ihr sie gefunden? Wir haben in Schweinfurt eine Frau getroffen. Sie hat die gleiche Rüstung getragen wie sie. Kann es sein, ist sie jetzt hier? Nee, die hat gesagt, dass sie nicht in den Norden reisen will. Sie hat bestimmt schon genug um die Ohren, wo sie doch tot ist und so. Aber das, kann das wahr sein? Ist sie wirklich nicht mehr? Unser Freund hier und diese geheimnisvolle Frau scheinen sich zu kennen. Ich hatte schon befürchtet, dass sie nicht fliegen konnte. Aber ich darf meine Pflichten nicht ob meiner Gefühle vernachlässigen. Sag, was führt euch zur Königin? Wir müssen sie etwas fragen. Ich verstehe. Nun gut, ich werde euch vorbeilassen. Aber ich fürchte, da werdet ihr wohl Pech haben. Was? Sie meinten, wir können Königin Solan nicht sehen? Sie wird jetzt wohl leider keine Zeit für euch haben. Habe ich nicht erwähnt, dass sie sich darauf vorbereitet, eine heilige Zeremini zu leiten? Wieso seht ihr euch nicht einfach eine Weile im Dorf um? Dann werdet ihr feststellen, wie es erblüht ist, seit es den Segen der Königin der Lüfte erhalten hat. Okay. Inka, alles Inka. Das verschollene Land. Peridida. Peridida. Es sind Inka, ich sag's doch. Tag. Bist du ein Inka? Oh, hallo. Wie kann ich euch helfen? Mal schauen, was du da hast. So. Davon kaufen wir zwei nach. Davon kaufen wir sechs nach. Ach, scheiße. Davon kaufen wir neun. Ich denke, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Uh, ein Zweihänder. Zielsicherer Speer. Und Großachst. Und Schlimmerhauen. Geil. Wie sieht's mit Rüstung aus? Das können wir nicht verwerten. Hm, auch nicht schlecht. Auch sehr cool. Das bringt uns jetzt nicht so viel. Schild der Vergeltung. Ein seltsam geformter Schild mit einer ungewöhnlichen spiegelnden Oberfläche, die gegnerische Angriffe zurückwirft. Blockt Angriffe gelegentlich automatisch ab. Mhm. Schimmerschuppen. Diese strahlenden, bernsteinfarbenen Schuppen gewähren es dem Träger Macht über die Kräfte des Lichts. Tricktyp verstärkt Stern. Haben wir lediglich, also Stern, Sonne ist es vermutlich, haben wir lediglich Rennen. Sonst kann das keiner verwerten. Schade, aber okay. Bis zum nächsten Mal. Meine Fresse. Irgendwie kribbelt meine Nase die ganze Zeit und ich muss niesen. Tag. Der Segen der Königin reinigt unsere Herzen. Wir kennen keine Sorgen und keine Furcht mehr. Sehr schön. Und ich kenne eure dunkelsten Geheimnisse. Hahaha. So. Ah cool. Hier könnten wir dann schlafen. Das können wir nachher noch tun. Uh, da ist noch was zum Klauen. Yeah. Blütenküchlein. Borg. Ja, gut. Diese Lappaka, äh, dieses Lappaka ist alt genug, um für sich selbst zu sorgen. Du verhältst du das viel zu sehr. Behauptest du. Ah, ein bisschen umschauen möchte ich mich natürlich wirklich. Ach, die ist vor allem ziemlich groß hier, die Dörfchen. Beziehungsweise die Stadt natürlich. Oh, da. Hier. Und das. Sehr schön. Sagst du irgendwas? Wir, die wir den Segen empfangen haben, fürchten uns nicht mehr. Wir, die wir so lange in Furcht vor deinem dunklen Djinn gelebt haben, werden von allen Ängsten befreit. Was sagst du? Wenn du von Königin Zulan gesegnet wirst, werden deine Augen so klar und blau wie der Himmel. Drogen. Alles Drogen. Sieh dir, äh, sieh mir in die Augen. Du wirst weder Furcht noch Schmerz daran erkennen. Das lässt sich einrichten. Was sagst du? Die kleine Nina wurde noch nicht gesegnet. Vielleicht sieht sie deshalb so angsterfüllt aus. Was sind die Kleine da hinten? Wir brauchen nicht nachzudenken. Wir brauchen nichts zu tun. Wenn das keine Freiheit sein soll, was denn dann? Da drin ist nur der Auftragsexpress. Hat mir mit der schon gesprochen. Mir gefällt diese Zeremonie nicht, Olli. Da kribbelt es mir in der Laterne. Ich habe gehört, dass der riesige Mann wieder im Dorf ist. Was sucht ein derart furchterregender Kerl in Peridida? Peridida, ach was auch immer. Es heißt, dass alles weggewaschen wird. Alles wird gereinigt werden. Das klingt wirklich nicht gut. Meins. Seht sie euch an. Sie ist unheimlich niedlich, nicht wahr? Sie ist das niedlichste Lapaka von allen. Ah, okay. Wenn sie groß ist, wird sie vielleicht auch einmal den Segen von Königin Solan empfangen. Alter, verfolgt die Tante uns. Erda, Fremde, was tut ihr hier? Ihr dürft den Frieden Perididas nicht stören. Tun wir auch nicht. Arschloch. So. Jetzt war es noch nach oben gehend. Wir sind wie die Blumen. Wir sind froh, einfach nur hier zu sein. Am Leben zu sein. Na dann. Oh, Kiste. Räubern wir hier erstmal alles aus. Fruchtpudding. Oh. Hätte ich jetzt gerade auch Bock zu. So, was hast du? Königin Solan bereitet sich auf die Zeremonie vor. Ihr könnt hier nicht durch. Na toll. Also für so ein kleines Dorf ist es relativ groß, aber ansonsten ist es nicht so groß. Äh, ja. Gut. Ich würde sagen, mit den komisch aussehenden Leuten sprechen wir mal in der nächsten Folge und schauen mal, was das mit der Königin und diesem komischen Reinigungsritual auf sich hat. Damit danke ich euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen super schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Fuh.